Los geht's! Ich spiele meine Cooperative. Ja, sowieso teuer. Sag ich so, hier hast du die Hintergrundplätze. Ich möchte ein gescheiteres Spiel. Eigentlich nicht. Doch, es ist wesentlich gescheiter aus. Was? Es ist wesentlich gescheiter aus wie eine TXT. Nein, nicht wirklich. Ja, die TXT? Ja, die TXT. Fuck, wie geht das Spiel? Michi, einfach ballern. Das Spiel geht gar nicht. Geht gar nicht, geht gar nicht. Okay, jetzt geht's jetzt gut. Scheiße, nein, da oben. Hallo? Ah, wie geht es so zu schnell bei dem Spiel? Ich werde nicht mehr erinnern, ob das da drin ist, oder? Fuck, hier hat man auch ein bisschen genau gemacht. Y glaube ich. Ja, stimmt, es war Y damals, glaube ich. Ist jetzt aber nicht so gut, finde ich. Ich glaube, wir hätten nicht nur die Hintergrundplätze inzwischen. Aber ja. Oh, scheiße. Die ist jetzt hier über alles, oder so. Fickse, ey. Das ist doch sein Kopf, ey. Was ist das irgendwie so ausfallen, ey? Aha, aha, aha. Ich bin gerade in der Hauptschutz, das ist aber mega niederballert. Ja, das ist ein Trick gegeben, gell. Und das hat auch gegeben. Dass man eben genau das macht. Einen Foss gibt nicht, gell. Ach so, scheiße. Ich lasst jetzt noch reden, dass es du bist. Äh, was haben wir denn mal? Bleibst du da? Ah, scheiße, ich dachte, du bist da oben. Ah, scheiße. Scheiße mit der Schneider. Ah, der ist schon wieder da. Das braucht immer zwei Minuten, zwei Stunden. Ah, die mächtigste Waffe im Ganzen spielen. Die wäre ja. Wo ist der, scheiße Rex-Bug? Jetzt steht der Wichser. Ja, der ist schon wieder da oben. Ja, der ist schon wieder da oben. Schön, dass du mich reißt. Schön, dass du überhaupt blau. Ah, nein, da war ich über die Piste offen, weil ich... Schaut's nicht? Ich glaube, ein Buckshot. Ich glaube, ein Buckshot, genau. Egal, was du da geschaut hast, hast du fast 30 Elemente nur drauf. Ah, ja. Echt? Ja, sicher. Das ist doch kein Wälder aus deinem Tisch, Bruder. Komm. Ah, Wälder was von dir. Genau, so wie es da einfach nicht durchkommt, bin ich nur noch mal bei. Mein Gott. Höller! Gehen! Bei der Leiter. Was tust du denn so? Was tust du denn so? Voll einer schlechte. Wappler! Das ist ein Wappler da. Das ist ein Wappler da. Das ist ein Wappler da. Scheiße, nein. Ich hau's ihm vor wieder. Du Wappler, du! Weißt, ich hab's ja sogar noch gesehen. Wieso rennst du denn da rein? Was hast du denn gesehen? Nein, das ist ein Steirhausen. Super. Ich habe meine eigene Ecke. Nein, wieso? Wappler! Da liegt einer! Jetzt wirst du noch schauffällig, Michael. Ha! Wappler! Oh ja, der wird so ein Koffer, ey! Das ist ein Wappler! Ich renne nicht mein eigener, nein! Ja! Aber ich kann mich wieder erinnern, wieso man das Spiel... Weißt du, ich spiele das Spiel, glaube ich, hier mit unten und dann kann ich mich wieder erinnern, wieso das Spiel so gekannt war. Scheiße, du nicht mit unten. Gack dir nicht eines Hoserastes! War ja gut. Hä? Wollen wir mal auf den Fenster schminken? Ah, Alter! Jetzt auch schon wieder rum wie die Bananenhausse. Liegt's mir wieder heulen in den Blüten. Den Scheiß. Den scheißt recht. Hey, also das ist das geilste... ...um die Ecke lehnen System gehen. Ja, das finde ich. Hey! Wer verwendet ihr schon wieder fast gesetzt? Sicher ist er nicht. Du bist gerade fast und dann muss ich mal aus. Und was ist der Dario? Null. So, ein Brandfighter. Ich hab kein Rostus mit deinem Holz geschossen. Ja, mit deinem Holz geschossen. Sorry. der. Arschloch! 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 Halt's zusammen! Kann man das in den Spielen niederlegen? Gar nicht. Nein, das ist schon sicher. Aber das ist in die Eckelinie. Ja, das finde ich echt geil in den Spielen. Das muss ich schon sagen. Wo? Wo? What the fuck? Das hat jetzt gar nicht checked. Scheiss Fette hier. Was ist das denn? Was ist das denn? Was ist das denn? Was ist das denn? What the fuck? Was ist das denn? Was ist das denn? Was ist das denn? Ich habe gerade vorgekommen. Was hast du denn geschossen da? Was? Auf was? Auf was hast du gerade geschossen? Auf was ganz bestimmt ist. Auf mich. Was? Was? Hört das. Mann, ich wusste ja gar nicht. Was passt, Chef? Ja, ich habe Fossen in den Spielen. Was willst du wechseln? Nein, das kommt schon wieder auf meinen eigenen Maranen aus. Was? Mann, du kannst du wechseln, 1,2,3,4? Mann, Mann, was? Mann. Was? Mann, Mann. 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 Mann, Mann. Mann. Mann, Mann, Mann. Mann, Mann ist F. Das ist ja ein bisschen gemein. Ein bisschen. Ein bisschen. Ja, du kennst dich nur mal schleichen, weil du ständig guckst irgendwer hinten rein. Wieder normales nur spürst. Ja, wirklich, ja. Mann, Alex, du kannst dir das spüren wieder warten, dass das anders ist. Deparellig sein. Schau mal, ich kann dich mit deinem Gris. Das ist mir hoffentlich gar nicht. Kann ich auch mal wieder los. Ja, das mache ich mit. Der Rundspiel. Ja. Abz. Ich boxe einfach nicht, ey. Ich boxe einfach nicht, ey. Ich boxe einfach nicht. Geh nicht. Jetzt wissen sie, ich steh mir. Ja, wenn ich nicht. Ein bisschen, wo man ein H-B-Zone hat. Ich habe die Englische Wölben, wo man ein H-B-Zone hat.